Mach ein Punkt. Justine Ohlhöft hat es gestört, dass die Stimmung gegen Flüchtende immer rauer wurde. Sie hat sich hilflos gefühlt und sich dann selbst geholfen. Die junge Frau hat Plakate entwickelt, die sich gegen eine ausländerfeindliche Stimmung richten. Der Aufhänger ist eigentlich dieser klassische Satz, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber. Und du hast halt die Wahl, mach ein Punkt. Und da gibt es halt noch andere Wege, wie zum Beispiel, stell dir vor, du müsstest, würde es jede Nacht von Bomben geweckt werden, um einfach Wege zu finden, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ins Gespräch kam Justine Ohlhöft am Mittwoch in der evangelischen Versöhnungsgemeinde Lankow mit Vertretern verschiedener Religionen. Die Plakataktion Mach ein Punkt lebt von der Mitwirkung vieler. Unter mach ein Punkt.de können die verschiedenen Plakate ausgedruckt und in der Nachbarschaft verteilt werden, um ein Statement gegen rechtes Gedankengut zu setzen.